Denunzieren, deportieren, exekutieren. Der Zeitgeschichtsthriller Kind 44 legt schonungslos das Gewaltregime des Stalinismus bloß. Dabei steht bei der Bestseller-Verfilmung eigentlich die Suche nach einem brutalen Serienkiller im Mittelpunkt. Die geht bei der drastischen Darstellung des Terrors aber etwas unter. Das ist sie, meine Tante Adele, gemalt von Gustav Klimt. Es ist wunderschön. Sie hing bei uns zu Hause, bis wir enteignet wurden. Der Fall Cornelius Gurlitt zeigte erst jüngst, die Debatte um den Umgang mit Nazi-Raubkunst ist noch lange nicht abgeschlossen. Das einfühlsame Drama, die Frau in Gold, widmet sich dem späten Kampf um Gerechtigkeit. Überzeugend und optimistisch verkörpert Helen Mirren eine Frau, die ihrer Würde und Kunst beraubt wurde und nun wieder Gutmachung fordert. Also Marc ist meine zweite große Liebe. Und wer war die erste? Benno Führmann ist immer wieder für kleine Filme zu haben. Und die sind meist wirklich überzeugend, wie das Drama Nachthelle zeigt. In dem mutigen und bildstarken Werk treffen zwei Paare in der ostdeutschen Provinz aufeinander. Ein psychologisches Beziehungsdrama par excellence ist vorprogrammiert. Wobei es keineswegs nur um Sex geht. Ich bin zur CIA, um eine coole Spionin zu werden und bin auch dieselbe Langweilerin wie vorher. Du gehst zu sehr auf Nummer sicher. Ich höre einfach meine Mutter. Gib deine Träume auf, Susan. Das hat sie mir in die Lunchbox geschrieben. Das Genre des Agenten-Thrillers wird von Machos regiert. Zeit, dass es von einer Frau auf den Arm genommen wird. Die köstliche Agenten-Persiflage Spy Susan Cooper undercover weiß nicht zuletzt durch die unvergleichliche Hauptdarstellerin Melissa McCarthy zu unterhalten.